Hallo und herzlich willkommen bei FM, der Fahrschule Mannhardt. Mein Name ist Philipp Mannhardt und ich möchte dir heute eine Übung zeigen aus dem FM-Manövertraining. Hier geht es um die Spurgasse. Das Allerwichtigste ist nicht zu bremsen, weder hinten noch vorne. Die Knie geschlossen am Tank hinlegen, das Motorrad leicht klemmen. Mit dem Lenker ausgleichen, nicht mit dem Körper ausbalancieren. Dann gestochen scharf gerade nach vorne schauen. Gas hörbar und nur mit Gas und Kupplung langsam fahren. Auch diese Übung geht selbstverständlich mit jedem Motorrad. Egal ob ein Enduro, ein Harley oder ein grosses Touring Motorrad. Sie geht mit jedem Motorrad. Wenn auch du so gekonnt manövrieren möchtest, dann komm zu uns ins Manövertraining. Jeden Montag und Mittwoch in Zürich-Uerlicken. Alle Informationen findest du unter www.mannhardt.ch Wenn dir dieser Clip gefallen hat und du uns kennenzulernen möchtest, offerieren wir dir gerne ein Manövertraining. Gib bei der Anmeldung einfach folgenden Gutschein gut ein. FN ist nicht einfach eine normale Fahrschule, sondern ist einer der grössten Anbieter für Motorrad, Aus- und Weiterbildungen. Für Strasse-, Sport- und Fun-Bereiche. Zum Beispiel für Super-Motto-Training Indoor im Winter auf der Kartbahn. Weile Training, der Bubentraum von jedem Biker. Einmal auf dem Hinterrad fahren können. Schräglagentraining, gefahrlos mit dem sturzsicheren Motorrad in voller Schräglage fahren, bremsen und auf nassen Belage. Oder das Fun-Grosse auf dem Acker einen halben Tag lang Spass und Action geniessen. Und vieles mehr findest du bei uns auf der Webseite www.mannhardt.ch Hey, und übrigens, wir möchten, dass unsere Kursteilnehmer korrekt bekleiden kommen. Nicht so, sondern so. oder das Fun-Grosse auf dem Acker einen halben Tag oder einen halben Tag selber Pentax vor. Vielen Dank.